Hereinspaziert zu Epic Replay, der Sendung mit den abgefahrensten Spiele-Clips der Woche. Und los geht's diese Woche mit einem Clip von King Elmer. Es ist nicht der Fall, der dich tötet. Uniji wird hier Opfer eines 180-No-Scope-Headshots. The Black Claw weiß jetzt, Überzahl kommt vor dem Fall. In Nioh hat Gamebred das epischste Revenant-Duell aller Zeiten. Andrew Piesten wiederum muss auf die harte Tour rausfinden, dass das kein Einzelfall war. Bong Solo hat kein Problem mit Feuer, wird aber trotzdem auf Boris Becker-Art abserviert. Wer Freunde wie Stabber hat, die Quatsch mit dem Feinde-Unlock-Horn treiben, braucht keine Feinde mehr. Drüben in Battlefield 1 zeigt Epidemic 67, wie wichtig es ist, aus der richtigen Richtung anzugreifen. Und zu guter Letzt geht's nochmal zurück zu For Honor, wo Kormi blitzt. Das zeigt, wie unfair ein 4 gegen 1 Match sein kann, wenn man sich gegen ihn stellt. Derugier ist dabei, wie wichtig wir allen Verklaufen haben. Rundbist2. Derugier ist dabei, wie wichtig es ist. Derugier ist aber auch nicht so leichter, als eine Art von Einzelfall. Derugier ist dabei, wie wichtig es, hatte ich einen Daumen nach den Schaden zu verhören. Und das war's auch schon für diese Woche mit Epic Replay. Dankeschön an alle, die ihre Clips eingereicht haben, die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr eine Wahnsinns-Szene aus einem aktuellen Spiel habt, die ihr gerne in der Sendung haben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail an epicreplay-at-gamestar.de. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn